Um ein Protokoll zu erstellen, klicken Sie auf das Share-Icon und wählen Sie anschließend Ihr gewünschtes Dateiformat aus. Im Dateiformat PDF besteht die Möglichkeit, Ihre eigenen Unternehmensdaten hinzuzufügen. Zudem können Sie hier die Kundendaten eingeben oder aus dem Adressbuch des mobilen Endgerätes importieren. Zusätzlich lassen sich weitere Informationen wie Auftragsnummer, Bilder und Kommentare hinzufügen. Das fertige Protokoll können Sie in einer Vorschau betrachten und anschließend versenden.